Zum Beispiel einmal Löhe, irgendwo Schmutz, dann nehmen Sie ihn aus der Wandhalterung und sofort können Sie loslegen mit Saugen. Schauen Sie mal, das ist richtig kraftvoll, das ist in den Etagen, Sie können von links nach rechts laufen. Außerdem hat er die motorbetriebene Bürste, die es uns eben ermöglicht, auch mal aus hochflurigen Teppichböden Schmutz zu entfernen. Aber das ist ja noch lange nicht alles, denn Sie bekommen hier nicht nur einen hochprofessionellen und leistungsstarken Bodenstaubsauger, sondern, et voilà, im Handumdrehen mache ich den jetzt ganz einfach mal zum Handstaubsauger. Nämlich hier haben Sie jede Menge Zubehör, was auch noch gratis mit dabei ist. Zum einen die praktische, und der hat die gleiche Leistung, also ohne Kraft, aus zum Beispiel von Ihrem Autositzen. Schauen Sie mal, wie schön man auch hier in die Ritzen kommt, der und das genau mit so viel Kraft wie der Bodenstaubsauger. Also was gibt es denn Besseres? Wir haben bei mir geplant als Zweitstaubsauger, weil ich habe ihn zu Hause. Jetzt ist es zu 99 Prozent mein Erststaubsauger. Es ist einfach einfach und bequem. Gerade für Sie hier und heute 79,95 Euro. Wir schauen mal gemeinsam, exklusiv für Sie als Perl TV Zuschauer, 79,95 Euro betont. Wir haben hier ein Sonderkontingent bekommen. Es ist Ihre Chance und die Möglichkeit gekommen, denn günstiger, Anne-Kathrin, da übertreibe ich mit Sicherheit. Irgendwo günstiger gesehen, der Preis ist der Hammer, der ist verlockend. Ein Akku zu Klonstaubsauger mit so einer Leistung und das heute zu dem Preis. Greifen Sie zu, ich werde es auf jeden Fall tun. Ich sage Ihnen noch die Bestellnummer und Sie sind dann schnell. Euro 95, also ran ans Telefon. Lassen Sie diese Chance nicht an sich vorbeigehen. Und wenn Sie zu spät anrufen, ist unser Sonderkontingent vielleicht ausverkauft. Und dann zahlen Sie wieder den Normalpreis. Ne, Sie sind clever. Sie gehen jetzt ans Telefon und dann wünschen wir Ihnen viel Spaß damit.